Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Play Folge zu Kirby Star Allies. Ich bin Daniel von SimFans.de und wir gehen heute in den Traumpalast. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben in der ersten Folge und wir gucken mal, was Kirby so für uns bereithält. Mit einem Traumzepter lassen sich besondere Freunde herbeirufen. So ein süßes Spiel auf der Nintendo Switch natürlich. Ja, hallo. So, Kimili spielt Splatoon 2. Hier viel Spaß. Das ist der Traumpalast. Mit Hilfe des Traumzepters kannst du hier deinen Traumfreund treffen. Wie rufst du das Traumzepter? Drücke A um deinen Traumfreund zu suchen. Okay, wir rufen mal unseren Traumfreund hier. Okay, und okay. Wer ist das? Ein Hamster. Rick, Kine & Kuh. Wähle den Freund aus, der durch Rick, Kine & Kuh ersetzt werden soll. Ähm, wir nehmen mal den Sir Kibble hier. Mann. Ah, ist der Knuffig. Hi. Hi. Boom. Hallo. Ähm, ja. Und jetzt haben wir einen Traumfreund, oder wie? Wir haben immer noch dieses komische Stein-Dings da, ne? Wir kommen jetzt wieder raus, oder? Was gibt es da hinten noch? Gibt es noch was? Irgendwas? Nee. Ende Gelände. Okay, wir gucken mal, was die drei können. Ich glaube, das sind drei, ne? So, ab mit uns. Nächstes Level. Hashtag Grün hier. Hallo. So, da gehen wir doch mal... Da waren wir schon im Knusperding irgendwas. Knusperkuppel. Gehen wir heute mal in den Honigügel. Yay. Das Ding ist einfach so süß. Ich muss das einfach spielen. Ich finde es so cool. Ah, da steht es auch, dass man hier auch mit mehreren spielen kann. Yay. Mit Freunden. Mit echten Freunden. So. Ne, wir machen nicht kaputt hier. Also, boom. Was ist denn das für ein Stinktierschwein? Alpakaschwein hier? Geil. Wow. Boom. Das ist perfekt hier mit dem Curling hier, ne? Da kann man Stein und Wasser, dann rutscht das schön hier. Das ist gut. Boom. Oh, das war nix. Wir saugen den mal auf. Was kann der? Feuer. Wir müssen das Ding erstmal loswerden hier, glaube ich, ne? Wir lassen das mal los. Jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Was kannst du? Uh. Das war, glaube ich, nix, ne? Komm, ich will mal wieder so ein Feuerding. Das ist auch cool. Runterschlucken. Yay. Das ist ein Feuer. Ich will jetzt nur noch so ein Schwert haben. Was gibt's hier noch? Kommen wir dann da wieder zurück? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal da runter, oder? Ja. Muss ich schon sagen. Heil Items verteilen. Schnappt ihr Heil Items. Gebt die zum Teammitglieder. Okay. Freund Power. Ja, macht mal hier Freundes Power. Keine Ahnung. Gebt euch mal hier. Wow. Jetzt bist du ein Curling. Maus hier. Ein Curling Hamster. Oder Meerschweinchen. Keine Ahnung. Okay. Was haben wir jetzt? Ein Steigerbrutzler. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Was kann man da jetzt machen? Okay. Und jetzt? Und jetzt? Wie geht das jetzt? Ich drücke nach oben. Passiert nix. Geht nix. Geht nix. Ich glaube, man muss erstmal den Freund Power hier noch holen. Aber das haben wir doch schon gemacht jetzt. Aber wie kann ich die Rakete da jetzt benutzen? Diese Kanone, meine ich. Geht das? Geht nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Ich drücke A. Ich drücke B. Es passiert nichts. Hm. Das geht nicht. Was ist denn da oben? Ah. Jetzt haben wir, glaube ich, was. Oder? Was ist das jetzt? Macht mir einen coolen Jojo. Ein Feuerjojo. Ein Brutzeljojo, oder? Brutzeljojo. Angriff steigt. Sehr geil. Kann ich jetzt da reinhüpfen? Bringt mir das jetzt was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was muss ich machen? Ah. Das ist ein Feuerjojo. Das ist ja cool gemacht. Ah. Man muss das Ding hier anzünden, glaube ich. Ah. Jetzt hier. Ah. Das geht schnell rein. Jetzt schnell rein. Alle rein. Und? Boom. Ja. Bäm. Jetzt haben wir das Puzzlestück. Sehr cool. Okay. Ich habe es gecheckt. Ich wusste nicht, dass ich durch die Wand hier durchjojoen kann hier. Schnell weg. Na gut. Wir haben es jetzt schon. Next one. Okay. Ist es jetzt schon fertig hier, oder was? Müssen wir wieder zurück? Ah. Wir müssen wieder zurück hier. Sehr cool mit der Cap hier, ne? Haha. Das ist geil. In dem Abschnitt eine große Schalter versteckt. Okay. Wir müssen die Schalter finden. So. Wow. Da kann ich das Ding hier wegschleudern. Ist ja geil gemacht. Es bleibt hier nichts mehr trocken hier. Der hat auch so ein Jojo, das Ding. So. Burn. 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 Ja. Das ist ja cool. So. Weck damit. Wow. Was hier? Kommen wir da durch? Yay. Gemeinsam. Falle durch den Boden. Ja, das weiß ich auch. Aber ist immer gut mit den Tippschen, ne? Das ist ja ganz praktisch. Wo komme ich jetzt hier? Ah, hier. Die machen wir auf hier. Sehr gut. Dankeschön. Ihr seid jetzt oben und wir sind jetzt unten. Ah, wir helfen jetzt gegenseitig hier. Yay. Weg mit euch, Schweinchen hier. Das heißt, müssen wir da hoch, ne? Dankeschön. Jetzt mache ich euch wieder auf. Als ihr uns. Dank. Jetzt sind wir wieder vereint hier. Yay. Yay. Oh, da gibt es noch Puzzlesteine. Warte, warte, warte. Hier. Stopp. Okay. Ablegen einer Spezialpower. Ah, man kann das auch direkt mit Minus wieder wegmachen. Okay, das ist gut zu wissen. Weil man muss ja immer so lang drücken mit Y. Weg mit euch. Das ist cool mit dem Jojo. Das ist richtig cool. Kann man da jetzt auch drunter fallen? Nee, ne? Das ist zu tief wahrscheinlich. Okay, das ist nicht gedenkt hier. What? 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 What is this? Ein Knuffelding. Ein Knubbelknuffel. Weg mit dir. Das Schweinchen ist echt irgendwie witzig. Das guckt auch die Augen. Du musst mal die Augen gucken. Wenn sie... Wow. Oh. Wow. Hilfe. Kann man das auch kaputt machen oder nicht? Oh, zu mir, glaube ich, blatt. Wir sind wirklich blatt. Verdammt. Wow, das ist mein Power-Up. Warte. Ich will wieder mein Ding haben hier. Was kriege ich jetzt? Ein Wasser-Jojo. Oh. Sehr cool. Ein Sprudel-Jojo. Das ist ja geil. Wir sprudeln jetzt da runter hier. Was gibt's hier noch? Ach du Scheiße. Leck mir am Arsch hier. Meine Güte. Wow. Spring, 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 spring. Hilfe. Wow. Das war nichts. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist aber witzig gemacht. Ich bin halt verpeilt ein bisschen. Sorry. Sorry. Drück am tiefsten Punkt A, um so hoch wie möglich zu sprengen. Alright. Yay. Was ist hier los? So. Das ist ja immer schwindelig hier. Ich will das Sternchen hier noch haben. Ah, da gibt's wieder hier was zum Anzünden. Kann das jemand mir mal anzünden, bitte? Ich hätte gern dein Power-Ding hier, bitte. Ja. Dankeschön. Wie kommen wir jetzt da runter? Wie kommen wir jetzt da runter? Wir sind ja irgendwie da runter hier. So, jetzt müssen wir das Ding anzünden. Jetzt machen wir aber schnell wieder hoch hier, ne? Schnell, 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 schnell. Wie er da drin sitzt, ne? So cool. Und jetzt? Boom. Boah. Sehr cool. Das sollte man vielleicht mal öfter ein bisschen hochfliegen und gucken, ob da was ist. Stein kann sich die Eis- oder Wassereffekte der Freund-Power. Okay. Ei, 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 ei. Drück den Schalter hier schnell. Ah. Ei, ei, ei. Das war, glaube ich, nicht so gut. Oder? Hätte das so sein sollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hätte aufgehalten werden sollen, ne? Könnt ihr alle fliegen? Ihr könnt alle fliegen, ne? Und jetzt? Haben wir Pech gehabt hier, ne? Das war wohl, glaube ich, nix jetzt. Was machen wir jetzt? Ist halt doof. Jetzt haben wir verkackt. Können wir da runterfliegen oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir hätten das Ding, glaube ich, aufhalten sollen. Da war der Schlüssel dran, ne? Verkackt. Können wir da nochmal rein? Ist dann wieder normal. Bonus Blumen. Hm, okay. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Ein Zauberstarro. Jetzt haben wir den Schalter. Sehr gut. Yeah. Tchaka. Ein Zusatzabschnitt. Du verwenden eines großen Schalters. Wird ein Zusatzabschnitt auf der Weltkarte freigesaltet? Ja. Daniel kann wieder nicht lesen. Ja, ja. Weiter geht's, Jungens. Hier kommt. Na, ein bisschen Action jetzt hier. Auf geht's. Macht das Alpakaschwein kaputt. Oh, ich wollte hochspringen. Direkt hier tippen wir. Aber das ging nicht so gut, ne? Ne. Ach ja. Wir haben genug Level. Ich glaube, Kirby ist auch eher so ein einfacheres Spiel, oder? Gut, wenn da jetzt mal so ein Endgegner-Boss da kommt, dann ist das, glaube ich, nicht mehr so witzig, ne? Oh, die springen immer so. Wie gemein. Gerade zeige ich noch, es ist einfach und schon ist es hier irgendwie blöd. Yay. Wow. Komm, ihr kriegt mal hier euer Power-Ding hier, oder? Wow. Ihr seid schon geil mit dem Curling-Dinger da. Oh. Okay, dann müssen wir ja das Ding anzünden hier, ne? Schnell, jeder eins rein. Schnell, du auch, komm. Oh, das war, glaube ich, nix, ne? Oh. Ich will nochmal machen. Oh, du hast schon? Danke. Kommt. Schnell. Du bist wieder zu langsam. Jetzt klappt es doch gut. Boom. Wow. Come on. Wow. Wow. All right. It's okay. It's all right. Hier, was haben wir da? So. Jetzt haben wir wieder 15 Leben. Das ist gut. Ich muss die Blumen, glaube ich, echt einsammeln, ne? Ah, sind wir fertig hier. Okay. Doch, das goldene Tor. Super Team heute wieder. Yay. So. Ja, jetzt müssen wir nochmal gucken, ne? Sprungrad. Ah, nur Level 4 geschafft hier. Die freuen sich aber immer, ne? Immerhin. Fünf. Fünf. Ist okay. Ist okay. Bussle haben wir viele gefunden, glaube ich, ne? Ja, aber das Tolle haben wir nicht gefunden, oder? Doch, haben wir auch. Haben wir auch. Ja, ja. Das war hinter dem Stein da, glaube ich. So. Werte die Waffe eines Freundes auf. Okay. Aha. Wir haben doch noch so einen Bonus, fruchtiger Forst. Wir haben doch so einen Bonus-Level hier freigeschalten. Na, genau. Hier, sag ich doch hier. Extra erklär hier. Was? Yay. Da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Honighügel. Geschalt haben wir gedrückt. Genau. Da gibt's nur ein Puzzle. Gut zu wissen. Game over. Ja, wir haben. Wir haben. Wir haben noch genug Versuche. Was ist das für eine geile Musik? Nein. Oh, wie geil. Ach, ist das cool. Diese Musik. Classic. Classic hier. Geil. Komm, geh da durch. Ich find's hammer. Hammer, hammer. Yay. Wow. Fireball hier. Hoch geht's. Ich geh mal hoch. Geh mal unten runter. Vielleicht. Ja, wär mal nicht schlecht, oder? Könnt ihr vielleicht unten rum gehen? Das läuft mir doch nicht nach. Ah, da steht aber oben rum. Okay, wir gehen oben rum. Können wir da noch runter jetzt? Nee, geht nicht schnell. Können wir das irgendwie auffackeln? Nee, auch nicht. Schade. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Könnt mir gern helfen. Wir gucken mal, was da oben noch ist, oder? Nach unten gehen. Und da steht bestimmt nach oben gehen, oder? Können wir das nicht kaputt machen hier? Komm, wir probieren das mal gemeinsam hier. Komm. Kriegen wir es nicht abgefackelt hier? Hm. Dann gehen wir halt hier weiter. Das ist ein Sombrero hier, oder was ist das? Was haben wir jetzt da auf? Wie kommen wir da hoch? Können wir das aufmachen hier? Mach das mal auf hier. Geht nicht, ne? Können wir mal so Spezialpower machen, irgendwas? Spezialpower hier, Curling. Andersrum. Geht nicht, ne? Komm, probier es nochmal. Nee, das geht nicht. Nee. Man kann nicht auf andere draufspringen. Das finde ich immer doof irgendwie. Das vermasselt mir ständig irgendwie das Ding hier. Ach, Essen ist zum wieder auffüllen unten der Leiste. Jetzt hat es da Daniel auch gecheckt. Wenn man das hier wählt, dann wird das andere dafür blockiert. Okay. Das muss man wissen, oder? Vielleicht muss man da mehrmals dann rein. Und dann kann man die anderen Sachen freischalten. Ich finde die Musik so cool. Allein deswegen lohnt es sich da schon, hier das zu machen. Ja, ich sag doch mal, es lohnt sich da mal hoch zu gehen auch. Wartet mal hier, aber ja. Ich hätte gerne hier, jetzt nehme ich das Schwert hier. Nein. Ah, nee, jetzt nutzt wieder das Feuer. Ich wollte doch das Schwert haben. Komm, wir fliegen mal einfach weiter. Wir gucken mal, was es da noch so gibt. Das hier ist so ein Zauberstab von Nöten. Wo kriegen wir den wieder her? Hm. Haben wir da irgendwo einen Zauberstab? Nee. Da ist er doch. Jetzt haben wir den verpennt hier. Ich hab den Zauberstab. Das ist ein Schlüssel, ich weiß. Aber ich find's geil. Das sieht aus dem Zauberstab. Okay. Komm, müssen wir da oben auch noch was machen? Was machst du jetzt da oben hier? Oder ihr beide? Was macht ihr da oben? Komm mal hier hin. Wir müssen hier ziehen. Dankeschön. Da geht's noch weiter hier, oder? Oder müssen wir erst da oben rein? Ich weiß es nicht. Ich glaub, wir gehen erst mal da oben rein. Das würde so ein Abschnitt sein. Ich brauch das irgendwie als Klingelton. Hey, Hilfe! Schnell weiter geht's! Wir müssen den kaputt machen. Nee, ne? Schnell weiter hier, Hilfe! Ei, ei, ei. Ich wollte doch so ein Schwert gern haben. Ei, 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 ei. Das Ding ist ja riesig. Oh, ich glaub, mit Fliegen sind wir langsamer, ne? Hilfe! Hilfe! Oh nein! Hilfe! Oh, oh! Das ist glaub' nichts gewesen jetzt hier. Ich hätte nicht Fliegen gezahlen. Ei, ei, ei. So. Die machen wir wieder ganz hier mit X, ne? So geht das. Wir drücken. Sorry. Meins ist mein Fehler hier, ja? Oh, ich glaub' das soll mal nicht runter, oder? Nee, ich glaub' nicht. Das war ein scheiß Abschnitt. Na ja, na ja. Wissen wir jetzt? Ich will mal, ich will mal wissen, was der hier oben kann. Ich muss das mal wieder, glaub' ich, ablegen, ne? Na, na, genau. Das ist mal wegfliegen hier. Wupp, wupp. Oh, cool. Schirm. Schirmchen. Könnt ihr mir den Feuerschirm machen, oder irgendwas? Ein Kuppelschirm hier. Wird ja verkurbelt ja alle, oder was? Ist ja cool. Wow, was ist das jetzt? Endgegner, oder was? Nein! Was ist das für ein Gorilla hier? Boah. Was bringt denn so ein Kuppelschirm? Ich weiß es nicht. Spezialpower, come on. Kommt alle unter meinen Schirm hier. Alle unter meinen Schirm. Ja, haut mal drauf ein hier, Mensch, Leute. Was macht ihr denn? Ich hab' Angst. Boah. Boah, fuck. Was ist denn das hier? Schnell, Power. Hier auch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, nö, jetzt komm. Wieso geht das nicht? Das geht nicht. Das geht nicht. Wow. Scheiße, ich hab' mein Power verloren. Oh, nö. Ist trotzdem gereicht? Vollnoob jetzt hier. Echt mal. Das hat gar nicht geklappt. Eieiei. Stillleben. Was? Nice. Okay. Oh. Das sind jetzt meine Freunde. Müssen wir jetzt hier malen, oder was? Hä? Ich check's jetzt bis kein bisschen. Ah, man muss das hier mit B. Okay, gut. Ein Felsmaler bist du jetzt. Sehr gut. Voll Splatoon-mäßig hier jetzt. Ja, gut. Kann man da jetzt wieder was malen, oder nicht? Was bringt denn der Pinsel jetzt hier? Ich weiß es nicht. Oh, cool. Aber was sind jetzt meine Friends hier? Sind die jetzt weg, oder was? Ehrlich mal. Sind die jetzt wirklich weg? Hm. Kann man da runtergehen? Ist nur Deko, oder? Hat das schon Ende? Ach, cool. Ja, gut. Also dieses Level, das war jetzt nicht so mein bester Moment. So, wir jumpen trotzdem zusammen. Come on. Ah, ja, come on, ja. Zweite Stufe ist auch gut hier. Yay. Sind die Friends auch hier wieder da? Nee, das ist der eine da. Der ist 3 in 1. Ja, okay. Ja. Und jetzt sag ich, ich bin beim Sims-Spielen verpeilt. Ich bin immer verpeilt, oder? Das ist doch wahr. Ja, geil. Aber es ist ein sehr cooles Spiel, wirklich. Also ich kann es echt nur loben. Ich finde es total sweet. Es ist total knuffig einfach. Es ist total spaßig. Und, ähm, ja. Wir haben das Puzzle-große Ding nicht gefunden, aber, ja. Können wir vielleicht mal anders mal wieder dann machen. So, gibt es hier wieder Sterne, oder müssen wir die? Gibt es keine mehr. Schade. Schade, keine Sterne hier. Aber wir können hier ein bisschen malen, oder? Nee. Was gibt es denn noch für Welten? Weltauswahl? Wir haben nur die. Wir haben ja nur die. Flieg da mal hin mit dem Sternenexpress hier. Welt des Friedens. Der ist knuffig, ne? Hoi. Nee, ich will nicht zurück. Aber hier kann ich nicht fliegen, leider. Was ist das? Fruchtiger Forst hier. Da können wir nächstes Mal hin dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit Kirby Star Allies. Ähm, ja. Wir müssen, glaube ich, in den Traumpalast noch. Und da irgendjemand noch mal holen, oder so. Einen Freund. Sonst saugen wir einfach neue ein. Ja, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Vielen, vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.